Es ist wiederum soweit! Ein neueres... Öhh... Können wir auch noch was... Ein neues Let's Kill! Heute gibt's ein Spiel dabei! Ja und ich lieb das ab. Normalerweise... Ihr werdet das auch so lieben. Und... Ich war auch von meinem Freund angefragt, dass ich mehr wie das machen soll. Ja ich hab... Ich verbring jetzt die ganze Zeit, ich bin ja erst mal zwölf, hab noch in Schule bis 4 Uhr, weil ich ja GTS bin. Ja, deswegen versuche ich halt, so viele Videos wie möglich zu machen. Ja und... Star Wars werde ich noch machen. Roblox habe ich jetzt auch noch im Video. Also Roblox Part 5 Mörder. Das werde ich nämlich auch vielleicht heute raus hören. Wir haben ja jetzt Wochenende, deswegen kann ich jetzt neue Videos reinbringen. Daher habe ich auch GTA 5 bekommen, für eine Woche. Also Montag geht's weg, und deswegen will ich noch so spielen. Ja. Ist egal, ich will mich viel labern. Und zwar... Ich will mich heute spielen Starbound. Habt ihr es gerade gesehen. Ich bin Hightech. Geil, aber ich zeig' euch jetzt nicht. Und zwar fangen wir jetzt von ganz neu an. Hh... hm... Takrat der Cretchen. Diesen Moment mit keinem Musik, die nervt ihn immer noch. Ihh. Glitch, die liebe ich... Epics. Ich muss mal dein Gletsch, die schicken wir schon mal. Aber nur, wenn ich was Neues habe. Ich nehme keine Haufe. Ich habe doch auch ungefähr. Das ist großartig. Das ist gut. Deine Frau. Mittel. Heem, heem, heem. Heem, heem, heem. Bank, oh ne. Einfach Box Trash. Hä? Ja und leider gibt es bei mir auch so einen Fehler, da ich jetzt auch kein Online-Zock mal so kann. Also bitte wundert, also bitte seid ihr traurig, dass ich nicht Online-Zocken kann. Ich habe bitte euch das Geld dafür, das echt noch nichts. Ja und ich kann auch leider kann online machen, weil es Probleme gibt. Ich könnte vielleicht ein Video machen, da könntet ihr mir vielleicht helfen. Ja und das können wir das mal ein anderes Mal und jetzt, sag mal. Ich würde noch ein bisschen erklären, gut. Fish out of order. You have been drifting in space for some time. Ja. You're not able to choose a planet to explore. Yes. Finally, your ship has run out of fuel or orbit of another planet, making your choice for you before, out in search of fuel. Search your ship's storage for a meta-manipulator for his E to attract and reward. Stop. Woh. hd m malmögen fisch-of-the-war malmögen als u-tele-manipolite almost anything in their game world shop class it's time to search a plan for fuel so i don't know that you need to work to Protokoll ist die Unikung mit die Kürze der Nuss jetzt schätzt in der Protokollung zu gehen um ich muss sagen dass man die Tatsache bestätigt heilt denn es gibt es in der Hand ist habe ich jetzt keine die Berichtung er ist nicht schon mal nicht ein Bildschirm siegern Das ist jetzt mal einfach... Oh weh... ... 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 Es dauert eine halbe Stunde mit so einem Manipulator. Oh, ich rühre, dass man unter Nudeln macht. Warum legt das so? Nein, ich bin nicht tot! Was ist das da? Ah, jetzt ist Toto. Wenn ich das jetzt frage... What? Töte? Ist der bekiszt? Ich weiß nicht, warum das Toto heißt. Das ist aber nur die Samen. Das kann ich später machen, das kriege ich doch jetzt nicht da. Ich will gucken, was da passiert, Avion. Oh! Oh! Oh, das ist das. oh, ich bin nicht da. Das kann ich vielleicht nicht da. Oh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.